So, gestern war ich im FNAF-Film und ich hatte eigentlich gestern nach dem Film noch ein Video machen können, aber ich dachte mir, es ist Schlafenszeit, dann bin ich doch schlafen gegangen. Also gestern war ich im Film, heute ist morgen früh sozusagen und ja, ich war im Film und hab ihn angesehen und es war interessant auf jeden Fall. Nun, wenn es um Videospiel-Filme geht, ich gehe da immer rein, okay, ganz einfach, weil das quasi Videospiel-Filme sind und ich mag Videospiele und wenn die einen Film machen, gehe ich da rein, okay. Bei Uncharted bin ich da reingegangen, außer bei Sonic, das war der einzige Film, glaube ich, wo ich nicht reingegangen bin, aber ich liebe einfach Videospiel-Filme. Ich finde das einfach gut, es passt einfach, weil Videospiele haben oft eine interessante Story, man kann da reingehen und das quasi genießen. Nun, ich bin kein typischer Review-Kanal, okay, normalerweise hast du, wenn du Filme reviewst, dann gibst du denen irgendwie 1 bis 10 oder so und je nachdem, wie gut der Schauspiel war und sowas halt. Und bei mir ist es so, ich sag euch einfach, mochte ich ihn oder mochte ich ihn nicht, was mochte ich, was mochte ich nicht, okay, ganz simpel. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin da reingegangen ohne Erwartung und ehrlich gesagt, ich war, hab mich drauf gefreut, bin ich ganz ehrlich, weil ich denke, die FNAF-Story ist so interessant, dass man daraus einen guten Film machen kann, auf jeden Fall, okay. Als ich zum Beispiel im Mario-Film war, ich hab den Film absolut geliebt. Nun, ich sollte dir vielleicht dazu sagen, ich hab mit Mario eine stärkere Vergangenheit als mit FNAF. FNAF hab ich erst vor kurzem alle Spiele gespielt, okay. Ich kannte FNAF schon immer, aber hat nicht damit so viel zu tun wie bei Mario. Also, beim Mario-Film zum Beispiel, ich hab den absolut geliebt. Also, ich hab den sowas von geliebt, obwohl es kein perfekter Film war. Das Pacing war so schnell, es war einfach kein perfekter Film, okay. Trotzdem, nachdem ich ihn geschaut habe, hab ich gesagt, 10 von 10, okay. Einfach nur, weil es Mario ist und weil ich es so sehr gemocht hab. Und ich hab den Film genossen, auch wenn es kein perfekter Film war. Und was ist überhaupt ein perfekter Film, okay. Es geht darum, hat er dir gefallen oder hat er dir nicht gefallen, okay. Und, äh, deswegen geh ich nie so wirklich nach den Meinungen der Kritiker, weil die haben irgendwie ganz bestimmte Methoden, um den Film zu bewerten. Und ich hab das Gefühl, diese Methoden sind auch wie von einem Roboter gemacht. So, hat er dir gefallen oder hat er dir jetzt nicht gefallen? So, ganz einfach. Ähm, und, ja, deswegen geh ich trotzdem in die Filme rein. Gestern war FNAF dran und ich sag euch, FNAF, aus FNAF kann man einen guten Film machen, theoretisch. Allerdings fand ich den Film nicht gut. Ganz einfach, okay. Okay, nun, ich, ich, ganz ehrlich, würden mir, würden mir alle Leute der Welt sagen, er ist nicht gut, würde ich trotzdem reingehen, weil es quasi FNAF ist, okay. Ich würde reingehen, einfach nur, weil es FNAF ist. Und für die Vibes, okay. Nun, ich hab schon bei den Spielen gesagt, die Spiele sind nicht wirklich gut von FNAF. Ich meine, die sind, okay, die sind nicht schlecht, die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Aber gut würde ich auch nicht sagen, dass sie es sind. Sie sind besonders. Das ist eher das Krasse an FNAF. Die Spiele sind einfach besonders, okay. Ey, sowas findest du einfach nicht, außer die Fangames vielleicht. Und ich liebe FNAF-Spiele. Ganz einfach, okay. Die sind aber jetzt keine grandiosen Spiele. Die sind jetzt kein Meisterwerk oder so. Muss man einfach mal so sagen, okay. Aber sie machen Spaß und das ist das, was zählt. Ganz einfach. Und beim Film, deswegen, ich hatte auch nicht viel Erwartung, okay. Ich wollte einfach da reingehen für die Vibes, einfach weil es FNAF ist, einfach weil ich mich darauf gefreut habe. Ganz einfach. Ich hab mir ein Kino ausgesucht mit ganz vielen Leuten. Ich konnte mich entscheiden zwischen kleinen Kinos, großen Kinos. Ich hab mir ein Kino, was voll ist, ausgesucht, okay. Wo ganz viele Leute sind. Ich find's cool, wenn man Horrorfilm im Kino schaut. Ich weiß einfach, wenn viele Leute dabei sind. Und, ähm, ja, da bin ich reingegangen. Und ich will erstmal das Positive erwähnen, okay. Mir haben nämlich viele Sachen auch gefallen an dem Film. Zum einen, die Animatronics. Damn, die sahen gut aus. Die waren so gut gemacht, okay. Okay, also Freddy, Chica, Bonnie, wer auch immer das gemacht hat, weil das waren ja richtige Roboter, also, ne. Ich hab's in manchen Videos gesehen, ähm, dass die wirklich sich bewegen können und die Sachen machen können, okay. Das ist ziemlich erstaunlich. Ich liebe es. Das Aussehen war auch richtig, richtig geil. Ähm, die Schauspieler waren sehr gut ausgewählt, meiner Meinung nach. Der Hauptdarsteller hat einen guten Job gemacht. Ähm, die, äh, doch. Also, ich, übrigens, das wird keine Spoiler sein. Ich würde keine Spoiler sagen, okay. Das Mädchen, ähm, also die Tochter, die man auch im Trailer gesehen hat, ne. Der hat, oder wer auch immer das ist. Ähm, Tochterschwester, was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Ähm, also ich weiß es natürlich. Ähm, aber auf jeden Fall dieses Mädchen, was ihr im Trailer seht, okay. Ähm, die wurde auch gut ausgewählt. Die hat auch einen sehr guten Job gemacht. Ähm, ja. Das Set, das Set war richtig geil, so. Dieses Restaurant, was sie auch gebaut haben. Ist einfach geil, okay. Kann man nicht anders sagen. Ähm, und es war einfach, es hat mir richtige FNAF-Feelings gegeben, okay. Der Film an sich allerdings ist irgendwie nicht so gut. Ich meine, es ist ein Horrorfilm. Aber irgendwie war er nicht so wirklich gruselig. Für mich hat die Spannung gefehlt. So, da war irgendwie keine Spannung da. So, ich kann jetzt natürlich nicht zu viel sagen, weil ich es nicht spoilern will, logischerweise. Ähm, aber es gab manche Momente, wo du dir denkst, hä? Ja? So, ist das nicht irgendwie, so irgendwie sollte da mehr passieren. Weil bei den Spielen, das ist ja so, dass du, erste Nacht ist ja chillig, okay. Zweite Nacht immer noch relativ chillig. Ab dritten Nacht beginnt schon extremer zu werden. Was ist mit der fünften, sechsten, siebten, oder was war, diese Nächte halt, okay. Es war ja nicht wirklich so wie in Spielen. Was okay ist, weil man kann, das wäre auch vielleicht lame, wäre es genauso dort. Äh, aber es war mehr so eine Art Film für die Story von FNAF, okay. Für die Geschichte von FNAF. Das ist quasi, für mich war das so, okay. Ich hab, ich hab von der Story alles verstanden, okay. Es war für mich eindeutig, um was die Story handelte. Und, aber wenn es um einen Horrorfilm an sich geht, war er einfach nicht wirklich gruselig. Er war cool anzuschauen, weil es einfach FNAF ist, okay. Ganz einfach. Aber irgendwie war da null Spannung so wirklich. Es gab ein paar coole Momente, aber es war einfach so eine... Weil normalerweise hast du ja, du hast, äh, er fängt an. Und dann hast du heiß. Und dann wieder mild. Und dann wieder heiß. Und dann wieder, und sowas gab's ja nicht, hab ich das Gefühl. Es war die ganze Zeit, die ganze Zeit so. Die ganze Zeit. Es war einfach nicht dieses, wow. Vielleicht einmal, oder vielleicht höchstens zweimal. Was für einen Film, der fast zwei Stunden geht, nicht wirklich viel ist, okay. Also, er war ein bisschen monoton, kann man sagen. Das ist das Ding. Deswegen, ich würde sagen, es ist kein guter Film, meiner Meinung nach. Tatsächlich, als ich den geschaut habe, war ich nicht wie war bei Mario. So bei Mario war ich so, wow. Okay? Und das war auch kein perfekter Film. Bei FNAF war es eher so, ich bin einfach rausgegangen und alles war wie immer. So, ganz einfach, okay. Ich war auch nicht überrascht, erstaunt. Ich war, keine Ahnung, auch der Bösewicht und so. Also, ähm, ich meine, er hat seine Rolle gut gespielt auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, aber, ja. Wie gesagt, die Animatronics sahen aber geil aus. Ähm, Chica mit ihrem Cupcake. Ich hab's absolut geliebt. Ähm, also ihr seht, es ist gemischt. Aber ich würde dem Film tatsächlich nur, wenn ich nett bin, eine 5 von 10 geben. Ganz einfach. Aus Gefühl einfach, okay. Einfach aus Gefühl. So, es könnte sogar eine 4 von 10 sein. Ganz einfach. Aber, ich empfehle trotzdem jeden den Film. Einfach weil es FNAF ist, okay. Und ich hoffe, dass ihr auch ins Kino dafür geht. Weil ich bin mir sicher, einigen gefällt er vielleicht, okay. Er ist jetzt nicht der gruseligste Film, den ich je gesehen hab. Er ist nicht so gruselig wie die Spiele. Obwohl die Spiele auch nicht wirklich so gruselig sind. Aber, ja, die Spiele haben halt viele Jumpscares. Und der Film hat die halt einfach nicht. So, diese ganz vielen Jumpscares. Außer man erschreckt sich halt sehr, sehr leicht, okay. Aber selbst wenn du Angst hast vor Horrorfilmen, du könntest da reingehen und könntest trotzdem am Abend gut schlafen. So kann man es sagen, okay. Also, ja. Das war meine Meinung zum FNAF-Film. Es hat sich trotzdem gelohnt. Es hat sich trotzdem gelohnt. Ich hoffe, ihr werdet auch nicht den Film irgendwie toll retten oder, keine Ahnung, illegal schauen. Weil, die Spieleentwickler... Ich meine, die Idee allgemein von einem Spiel, einen Film zu machen, finde ich einfach geil. Ganz einfach, okay. Und deswegen ist es einfach geiler, schon allein von den Vibes her. Du willst in einem Kino sein mit ganz vielen fremden Leuten und ihr schaut alle den Film. Und witzig war auch noch, als ich da... Ohne Scheiß, in diesem Kinosaal... Ich habe noch nie so viele Gamer gesehen. Das ist einfach so witzig einfach. Weil, normalerweise gehst du ins Kino, da gibt es alle Arten von Menschen, okay. Aber da nicht. Da war jeder... Du wusstest, zu welcher Abteilung dieser Mensch gehört. So ganz einfach. Und ich fand es einfach irgendwie cool. Und ja, ich habe einen Platz ganz hinten genommen. Ich finde das einfach am besten. Und ich konnte wirklich alles sehen. Ich hatte auch Glück. Weil vor mir war nur ein Mädchen. Ich glaube, der Film war ab 16. Das heißt, es waren auch ältere Leute da, aber auch jüngere Leute. Und ja, es war irgendwie ein bisschen weird. Ich habe irgendwie die Tickets geholt. Aber irgendwie hat keiner nach den Tickets gefragt. Das war irgendwie ganz komisch. Keine Ahnung, was da los war. Aber ja, das war meine Meinung zum FNAF-Film. Ihr solltet hier auf jeden Fall schauen, denke ich. Weil er einfach unterhaltsam war. Aber halt jetzt nicht so... Er war jetzt nicht irgendwie den besten Film der Welt ganz einfach. Das will ich damit sagen, okay. Weil das ist er definitiv nicht, okay. Also ja, lasst mal oben da. Abonnier, kommentiert von allotmus und bis zum nächsten Video.